Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Badwars. Dies wird wieder nur ein kleines Gameplay sein, ein bisschen vorgespult wieder, auf der Map modern. Ich möchte in diesem Video ankündigen, dass ich jetzt gerade schon nicht mehr zu Hause bin. Und zwar bin ich jetzt für 8 Tage, oder 10, ich weiß es gerade gar nicht, auf einer Skifreizeit, von der Schule aus, und fahre ein bisschen Ski. Ich nehme auf jeden Fall meine Kamera mit, nehme ein bisschen auf, vielleicht wird da auch ein Vlog entstehen, oder mehrere, keine Ahnung, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall habe ich, vorher da ein bisschen zu filmen, ich habe gestern, glaube ich, so ungefähr 3-4 Stunden vorproduziert, aber wie gesagt, mein Mikrofon hat rumgespackt, und es war einfach nur scheiße, ich habe 4 Stunden lang aufgenommen, und dann stellt sich heraus, wow, ist ja super, Audio-Quali, kompletter steht die ganze Zeit nur so Piepstum, wenn ich gesprochen habe, ich habe es dir jetzt wieder gefixt, hoffe ich zumindest. Und ja, deswegen jetzt nur Gameplays vorgespult, ich lege gleich wieder schöne Musik hinter, haben sich auch wieder einige gewünscht. Deswegen, ich will wenigstens den Anfang moderieren, und ja. Nochmal zu dem Video mit dem Fan, sage ich mal, den habe ich nachher noch in Skype geedit, und der hat mir wirklich geschrieben, dass er sich mega darüber gefreut hat, und ja, es freut mich einfach umso mehr, dass es wirklich Leute gibt, die mich, ja, ich sag mal feiern, das zeigt mir einfach, dass YouTube das Richtige momentan ist, dass ich daran festhalten sollte, die Videos so weiter vielleicht machen sollte, natürlich werde ich immer versuchen, mich zu steigern, von der Qualität her, vom Content her, vielleicht auch mal Themen ansprechen, also das ist eigentlich das, was ich machen will, aber ich bin halt ein bisschen dumm, Themen anzusprechen, ich bin dafür zu inkompetent manchmal. Ähm, und, ja, es hat mich einfach mega gefreut, vielleicht blende ich hier jetzt nochmal kurz einen Screenshot ein, keine Sorge, ich habe ihn auch gefragt, ob ich das dürfte, und er hat gesagt, ja, klar, darfst du, äh, blende ich jetzt mal hier den Screenshot ein, und ja, das fand ich einfach mega cool, was er mir hier geschrieben hat, äh, das hat mich sehr gefreut. Und ja, jetzt nochmal als kleine Sache, wer es noch nicht getan hat, ihr könnt mich gerne auf Twitter adden, da werde ich dann vielleicht während der Klassenfahrt ab und an mal ein bisschen posten, was wir heute gemacht haben, äh, ja, OSW, könnt ihr mich ein bisschen verfolgen, und, ja, äh, ich benutze gerade auch in dem Video ein neues Sextapack, ist ein HD-Ultra-irgendwas-KD-Pack, ähm, finde ich eigentlich relativ nice, ähm, werde dazu auch vielleicht mal irgendwann eine Vorstellung machen, mal sehen, und, ja, ab jetzt lasse ich euch schöne Musik laufen, gönnt euch das Gameplay zu Ende, bis zum nächsten Mal und tschö, mädö! 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.